Halten Sie die ersten Momente Ihres Babys für immer fest und vereinbaren Sie kurz nach der Geburt Ihres Babys einen Termin für Ihr persönliches Fotoshooting. Wichtig für die Neugeborenenfotografie ist innerhalb der 14 Tage möglich. Vor dem Shooting stillen Sie das Baby, dass es satt und zufrieden ist und am besten bei dem Fotoshooting chillig schläft. Wir freuen uns, dieses einzigartige Erlebnis mit Euch zu teilen und dabei zu sein.